So, jetzt werde ich testen, was ich zur Zeit beuge, was ich beugen kann, wo mein Anfangsgewicht ist für die Vorbereitung. Ich fange erstmal mit 200 und dann schauen wir mal, ich steigere vielleicht ein bisschen, gucke was heute geht und danach werde ich dann planen, was ich dann nächstes Training, beziehungsweise die nächsten Wochen dann beugeben, okay? Das war's ja eh. Okay. 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 Das war's. 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 Das war's.